Ok, jetzt hab ich einfach ein Panzer reingeschossen Ich hab gesehen, gerade da geht das Licht aus Jo Leute, willkommen zurück bei Blenderzahl 2 mit Markus und zu Gast, Wynn ist auch heute wieder dabei Yes, I'm a bitch! Ich muss sagen, es ist auch mal wieder Futo dabei Ja, warum? Wir haben letztes Mal... Und Futo spielt auch mal wieder mit uns Ist so, das ist ein Event, Alter Ja eben, dann nehmen wir das eben, Event-Futo ist dabei Und jetzt Futo wird jetzt wieder öfters dabei sein, weil Futo jetzt wieder Zeit hat Endlich mal wieder Ganz einfach Aber da haben wir letztes Mal nicht aufgenommen Ja, haben wir unser bestes Spiel wieder zurück Eben Der Kack-Noob vorm Herrn Sozusagen Hat doch gerade laut gesagt, oder? Haben alle gehört Alle gehört Oder ist einer? Das sind zwei sogar Geht hoch, Alter Alles klar Und dann kühlt mich aber wieder Wynow mit Nero von drei Schüssen Näh, der acht Alles klar Jo, ich hab ein Assist für den bekommen Und dann tötet mich der Medic Und ich hab den Medic getötet Und ich hab den Medic getötet Ja, dafür dass wir at Waris Frozen gehen, oder? Angreifen Oder at Waris Softbank Ist egal, ich bin eins positiv, wir beenden hier mit der Aufnahme Ist einfach so Ach so, das war's, ne? Bis zum nächsten Jahr Wohin gehen wir? Wohin gehen wir? Ne Ahnung Weiß nicht Entweder Anleitung ist das Safe Fank oder Frozen Receiver Beides scheiße Oder Aisha Mountain Pass Da gewinnen wir Und Das sind die 96 plus Ja, ja Also Aber wir haben Da keinen geilen Sundy Ja, aber Mal Ja, das ist auch Werken und snipen, ne? Das kriegen wir noch hin Auch Schnauzen musst du schießen Immer ins Gesicht Wohin gehen wir jetzt? Boah Top Wegpunkt Jawohl, du hast es gesehen, oder? Was? Der Foto ist immer noch ein Lappen Ja, mit Sicherheit im Snipen Wegpunkt ist da Wegpunkt ist da Und dann fragt er wohin Ja Das wird sich nie ändern Warum soll ich gucken? Ich kann doch fragen Ja, und bis du dann den Ort suchst Haben wir schon dreimal einen neuen Wegpunkt gesetzt Keine Frage ist dumm Außer Futur, sag' noch Gibt keine dummen Fragen Außer sie kommen von Futur Oh, yes Ich hab den ersten weg First Shot mit der Sniper und der Ringteller Auf 100 Meter Die Warnung ist schon einfach Ja, Inge sind bei Boah, Alter, halt die Knappe Ich hasse die Leute Welche Leute? Der hat vor allem Der redet so nach Zahlen Das ist ekelhaft Der redet die ganze Zeit irgendeine Scheiße Der will SWW Keine Ahnung was machen Ich hab nicht mal zugehört Was? Weil ich höre eh nichts Ich höre eh nichts Erstmal Na erstmal den Dinger, ja Ja, explodiert einfach alles Was willst du da hören? Pushin, 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 pushin Pushin, pushin, pushin Weißt du? Und dann pusht er selber nicht, weißt du? So richtige Helden sind es wieder Und ich hab den nächsten geheadshotet Hehehe Zwei Schüsse, Zwei Kills Pushin, pushin, pushin Chloe for the Empire Hehehe Don't be afraid Pushin, pushin, pushin Boah, Alter, der labert so nasale Das ist so behindert Der ist halt die Schnauze Sack, Alter Redet der noch nasaler wie ich? Ja Ja Der redet Hehehehe Ah, der Beetlejuice Jetzt halt mal nicht schnauze Ja, schreib mal rein Chloe for the Empire Hehehe Schreib mal Was sollst du sagen hier Umgebungschat Wo ist denn Umgebungschat normal? Keine Ahnung Bist du jetzt mal tot? Boah, Alter Oh, jetzt hab ich ne Granate geworfen Scheiße Pfff Oh, da ist ein Lightning Da kommt ein Lightning Ich lebe weg Pfff Ach, denn Alter, für ne Scheiße hier eigentlich Ne, ich kann das nochmal hier Good job, guys You've recovered the points Now Everybody go in the building Everybody go in the building Right now Halt dich kürzen, Alter Hehehe Wait now Aber weißt du, der pusht das selber nicht Da scheint der pushen Ja, der steht da draußen irgendwo im Safe Und gut ist Ist einfach so Ist ein richtiger Mann, Ding Nein Boah, schon wieder tot Das ist nicht Keine gute Aufnahme Come on, people Push down Oh, da ist jemand Alter Scheiß, geil, Mann Alter Ich lupe hier wieder Du lupe immer rum Jetzt Na, hopp, Mann Wieder voll in die Macs reingelaufen Hehehe Hehehe Im halt Halt Das heißt, halt die Backen auf Englisch Oh mein Gott Halt Shut up Heißt, Hold the backs klingt besser Nöhu, ich hab jetzt irgendwas Was so? Mit der Granada hab ich jetzt ein Level 7er getötet Und gleich wiederbelebt. Boah, hier ist ein gutes Sunnies. Und schon wieder tot. Alter. Und wiederbelebt. Noch nicht. Kommt jetzt jemand? Nö. Oh, scheiße. Kommt niemand mehr. Ich bin der einzige Sanitäter hier. Kommt mir zuvor. Ah, doch nicht. Ne, es sind drei, vier Stück drin. Aber die sind, glaube ich, jetzt alle verreckt. Wie lange müssen wir es noch halten? Zwei Minuten? Ja, hier ist ja nichts. Wie konnten wir alle nehmen? Wir waren nicht da. Wir waren nicht da. What the fuck? Da fängt der Kosmos an. Da fängt alles. Nein. Oh, doch. Die Kosmos, Alter. Die fickt alles. Wer ist Kosmos? Irgend so ein MX-Alter. Das ist eine Waffe. Kosmos. Der fickt einfach alles gerade weg. Jetzt fickt er es uns hart. Ja, das ist immer raus. Aber Antwari, wir verlieren Antwari. Biolab ist jetzt hart. Fighting. Ich sage überall. Bad Fighting, Alter. Über, für über 30 Prozent. Also, Granate, Granate. Überschuss. Überschuss. Kill 1. Nicht mal einen habe ich getötet. Ich habe nicht mal einen killt. Ich habe 4 Tore. Ich habe die ganze Zeit wiederbelebt. Okay, da brauchen wir nicht mehr kämpfen. Oh, fuck. Na, das hat nicht gereicht. Wie wär's denn mit mir? Oh, da ist doch noch jemand da, wo mich heilt. Und schon wieder tot. Ja, da kommen gerade 500 Leute zu dir. Ja, ich habe so gemerkt, dass da ein bisschen anders ist. Und wieder auf die Snipenswim. Wenn du jetzt von 20.000 Leuten überrannt wirst. Gerade ganz gut eigentlich. Und schon wieder tot. Die kommen nicht mal weg. Sven hockt einfach ein Snipenswim. Bei dem ich's kann. What? Okay, jetzt habe ich einfach den Panzer weggeschossen. Ich habe gesehen, gerade geht das Licht aus. Autsch. Dann gehen wir auf die Straße und nehmen wir auch mal die Snipen in die Hand, oder? Was meinst du? Ich würde sagen, so Anti-Air wäre jetzt eigentlich eine nice Idee. Nicht, oder? Das ist ja nur eines, Gehalt. Eine? Oh, eine, wo jetzt ins Technik-Labor rüber ist. Also, es sind irgendwie Tausende da oben in der Luft. So viele Spieler gehen gar nicht auf die Scherber. Doch. Doch. Verdammt. Also, so viele Spieler spielen nicht. Oh, eine Max in die Eier geschossen. Ist aber kacke, ne? Kannst du Spaß machen? Ja, kannst du machen, ist aber doof. Warum habe ich hier so komische leuchtende Bälle als Grafik-Bugs? Das weiß ich auch nicht. Have you got balls? Yeah, I got balls. Oh, ich habe da auch der Regenations-Kit drauf. Irgendwas beschießt mich da. Oh, das war ganz schlecht. Der war genauso schlecht und der ist jetzt tot. Fuck. Warum heizst du mich nicht? Ich lieg da. Danke, du Affe. Bitches. I'm back. Du warst weg? Nein. Hab nicht gesagt. Alter, jetzt fünf Schuss und ich hab nicht einmal ihn angehittet. Kann dran liegen, dass du scheiße bist. Ja, ich hab schon. Na, jetzt hab ich den Sunny weggemacht auf jeden Fall. Der Sunny ist wichtiger als Raketenwerfer. Wenn die jetzt nicht tanken zu nehmen? Ja, sind die natürlich. Dann ruhig mit tanken. Hier ist alles unterwegs. Also von Infanterie über Max, über Sky, über Sundys. Ich will wissen, ob ich noch fliegen kann. Wenn ich spawn nicht und bin tot, aber YOLO. Ist doch egal, heute ist alles erlaubt. Na, das tut doch aus, Alter. Ich bin in, Carl. Wie geht's tun? Ich bin in, Carl. Ich bin in, Carl. Bis zum nächsten Mal.